Jeder Tunnel ist ein Wagnis. Es braucht Mut, um ihn zu bauen. Es braucht Menschen mit Visionen und Menschen, die hart anpacken. Mit Ausdauer, Präzision und Leidenschaft. Doch um den längsten Eisenbahntunnel der Welt zu bauen, braucht es nicht nur ganz besondere Menschen. Es braucht ein ganz besonderes Land. Untertitelung des ZDF, 2020